Name your game ывater Im Kooperationsmodus hat jeder Spieler sein eigenes Kartendeck. Teammitglieder müssen dasselbe Symbols zur gleichen Zeit aufdecken um Punkte zu erhalten. Ne, wir spielen es allein. Das ist sowas wie Memory schätze ich mal. Wir gucken jetzt einfach mal. Starten rein. Sehen uns das an. Oh das ging schnell. Das war falsch. Okay, da geht es um die Zeit. Mal gucken. Ich bin ja nicht gerade... Oh, das ging schnell. Ich habe gar nicht geguckt. So, jetzt haben wir es aber. Dann halt nicht. Aber jetzt... Das ist nicht mal Bronze. Boah, das wird schwierig, Leute. Weil du kriegst es ja nicht zu sehen am Anfang. Beziehungsweise nur ganz, ganz, ganz kurz. So, wir haben es. Oh, wir sind schon Mitte Silber. Das ist schön. Ja, es war mir klar, dass es nicht zusammenpasst. Na, auch schon. Nee. Aber zeitmäßig geht es eigentlich gut. Zumindest bis jetzt noch. Und wir haben gleich Silber erreicht. Das ist schön. Ja, jetzt ist es schwierig. Boah, das ist schwierig. Mein Gott. Was? das schaffen wir noch das nächste level weiß ich nicht also über 5k schon runde 6 das könnte schon die letzte sein ich habe falsch das ist der kaktus das war nicht hier ok wow direkt gold geschafft ganz genau waren es 6075 punkte und ich würde sagen wir spielen es nochmal auch wenn wir schon die maximalpunktzahl bzw den maximalrang erreicht haben vielleicht schaffen wir ja noch was besseres jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst zack 650 50 jawohl runde 3 wo hat der noch war da haben wir es da haben wir es die runde schaffen wir auch noch runde 4 so am anfang ist das halt schon ein bisschen asozial das mache ich denn da ja jawohl wir approachen gold beziehungsweise ende silber jetzt habe ich gar nichts mit kommen außer die zwei und den okay das ist so schafft man auch so let's go leute runde sechs wieder wieder nichts mitgeschnitten sowas so 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 Nein! Shit! Ist dieses Scheiß genug gewesen? Ja! Wir haben es doch! Oh, knapp! Ein bisschen schlechter diesmal, aber schönes Memory-Game muss man einfach so sagen. Gerne zum Nachspielen nachprobieren, auch mal gegen einen Gegner, vielleicht mal im Zuge eines gesellschaftlichen Abends wie Weihnachten oder sonst irgendwas. Das war's mit Pärchen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Kommi oder ein Abo da. Wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe und ich wünsche euch noch viel Spaß mit euren eigenen Games. Bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 Ciao!